Hallo, ich bin Sintu, die Goldfee und die Social Media Expertin. Ich bin Florian, Webdesigner und Programmierer. Hi, ich bin Sascha, der Grafiker und Fotograf. Ich bin Christian, der Gründer von Digital Branding und der Bruder von Sascha. Und gemeinsam bilden wir die Agentur Digital Branding. Aber was macht Digital Branding für dich so besonders? Digital Branding macht auf dich und deine Firma im Internet aufmerksam. Zusammen mit dir übertragen wir deine Vision ins Internet. Dies tun wir in Form von außergewöhnlichen Webseiten, Einbindung von Social Media wie Facebook und Twitter und Erstellung von Grafiken und Fotos. Dadurch verbinden wir dich genau mit der Zielgruppe, die du für dein Business benötigst und bringen dich in Kontakt mit möglichen Kunden. Und das geht so. Du erklärst Christian deine Vision, was du dir vorstellst und wie du dich im Internet präsentieren möchtest. Christian versteht dich genau und gibt dir gegebenenfalls noch ein paar Tipps, wie es noch besser werden kann. Dann kommt Sascha ins Spiel. Sascha bastelt dir dein Logo, deine Grafiken und schießt Fotos von dir und deiner Firma, wenn du diese benötigst. Florian gestaltet dann deine Webseite 1 zu 1 aufgrund deiner Vorstellungen. Sinto stellt dir so wichtige Verbindungen zu den Netzen wie Facebook, Twitter oder YouTube her und bringt dich mit tausenden von Interessenten und Neukunden in Kontakt. Am Ende steht deine Webseite. Voller Stolz zeigst du sie all deinen Freunden und den Kunden und durch deine Präsenz bei Facebook kommen noch viel mehr Kunden zu dir. Möchtest auch du in Zukunft von mehr Kunden profitieren? Dann melde dich jetzt und vereinbare deinen persönlichen kostenlosen Termin mit uns. Digital Branding Dein Unternehmen, dein Erfolg In Kooperation mit Audio Motion www.audiomotion.de